Corona-Prüfung im Eilverfahren. In Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen gibt es ab sofort Corona-Abstrichzentren nach dem Drive-In-Prinzip. Einwohner aus dem Landkreis Esslingen, die aufgrund ihrer Symptome befürchten, am neuartigen Coronavirus erkrankt zu sein, können künftig auf Weisung ihres Hausarztes in einem der neu eingerichteten Abstrichzentren vorfahren. Ärzte und Helfer mit Schutzkleidung entnehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Personen mit Verdacht auf eine Infektion verlassen ihre Autos nicht und kommen somit auch nicht mit Gegenständen oder anderen Personen in Kontakt. Sie können dort einfach anfahren, bleiben im Auto sitzen und müssen nicht irgendwo durch Innenstädte und in Wartebereichen sich aufhalten, in denen sie selber noch ein Infektionsrisiko ausgesetzt sind oder, wenn sie positiv sein sollten, auch andere infizieren könnten. Das ist der Gedanke der Sicherheit. Mittwoch vergangener Woche starteten wir mit dem Aufbau, mit der Organisation der beiden Zentren und haben es dann geschafft, dass am Samstagnachmittag die beiden Stationen auf der Landesmesse und hier in Nürtingen installiert waren und einsatzbereit waren. Die Tests werden dann zweimal täglich abgeholt hier und ans Labor nach Karlsruhe gebracht und dort ausgewertet. Und wir gehen davon aus, dass die Tests innerhalb von 12 bis 24 Stunden das Ergebnis vorliegt und das wird dann den Betroffenen übermittelt. Ähnliche Verfahren haben sich schon in anderen Ländern wie Südkorea als sinnvoll erwiesen. Und auch in Hessen wird das Drive-In-Prinzip bereits angewandt. Vor Ort nimmt geschultes Fachpersonal die Proben entgegen. Wie ist das Gefühl? Also ich meine, ich hoffe, dass die Patienten oder die Kunden, die kommen, nicht allzu viel Angst haben. Ja, weil brauchen sie eigentlich nicht haben. Und mein Gefühl, ja, also ich meine, ich bin freiwillig hier, ich tue mir das freiwillig an und es macht mir Spaß, hier zu helfen. Bis das Testergebnis da ist, müssen Patienten zu Hause in Quarantäne bleiben. Wer selbst nicht mit einem Pkw vorfahren kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst zu melden. Die Corona-Abstrichzentren sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in Nürtingen und bei der Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen.